Sehr gut, los geht's! Juh, ein tolles Spitzenduell heute. Jawoll Malte! Das ist zu einfach! Von hinten getreten! Wollen wir jetzt wirklich diskutieren, Erik? Hey, um den anderen Trainern zu diskutieren und du lass meine Spieler in Ruhe! Ich hab ihm das nur erklärt, sonst hab ich gar nichts gemacht! Aus! Eingar, spielt doch weiter! Bleib mal ein bisschen fair da drüben, wenn der Außensier steht doch da! Dann sag das klar an, dann wissen das auch alle! Und Abschluss, komm, komm, Abschluss! Jawoll! Weiter geht! Verteidigen, jeder an seinen Rand, Alter! Komm, umdrehen! Und wieder hoch, Justus! Komm mal, weiter, weiter, weiter! Umdrehen, Abschluss! Jawoll! Jawoll! Und jetzt aber! Jungs, konzentrieren! Dominik, Konzentration, mein Abschluss, ne? Ich hab's gerade vorgemacht! Alter, dahinter stellen, ich hab's gerade vorgemacht! Soll anbieten, ich winke! Bewege! Hey, hey, hey! Wett, wett, wett! Schießt da rein! Und Gegenspieler, wieder zurück! Und, Gegenspieler, wieder zurück! Einander, komm! Komm, 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 komm! Gut vor! Mach, hooo! Er schmeißt sich einfach nur rein in den Gegner! Stopp! Stopp, Jungs! Er schweißt sich einfach rein in den Gegner, naja, das werden wir ja dann überprüfen. Die Angst geht um, die sind nicht dann gewöhnt so zurück zu liegen. Er pöbelt nur rum, er mäßigt seine Spieler ja nicht, er tritt hier Frederic um, das ist unsportlich. Alter, du stehst! Weiter, weiter Tamino, du erzählst nur! Mann, ey, wir gehen wieder zurück, Jungs! Boah! War gar nichts, was? Jungs, lass den Ball laufen, Justus! Ich möchte sehen, dass der Ball läuft! Komm, Alter! Weiter, weiter, weiter! Komm, Alter, annehmen! Komm, komm, schneller, schneller! Weiter, 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 Gegenspieler! Jungs, nicht sehen, lass den jetzt nicht! Und decken! Juri, wo bist du? Auf, auf wieder, komm! Komm, Juri, da hast du den Ball! Komm, komm, weiter, weiter, weiter! So, wir machen uns Jungs, ihr wisst hier alle falsch und bereit machen. Alle bereit machen, ihr habt noch bereit machen. 4 gegen 1, Jungs! Leute, rückwärts! Auf, rauf, Reddy! Kann doch nicht wahr sein! Redderick! Redderick! Das ist immer der gleiche Spieler! Unter Druck! Der Pöbler! Der Pöbler! Wir wechseln! Jungsdus zum Wechseln! Jasper! Vorne, rechts! Wir wechseln! Juri zum Wechseln! Wir wechseln! Wir wechseln Alter! Noah und Malte! Und ran, ran, ran! Der ist ganz alleine! Abschluss! Noch mal, Noah! Mehr, mehr! Zu Seite! Zu Seite! Außen! Und Abschluss! Noch mal! Richtiger Schuss! Weiter, weiter, Freddy! Weiter! Jasper! Zähl nicht! Außen ist wieder Platz! Boah! Schon wieder! Worteil! Jawoll! Das ist die Antwort! Nee, von dem kannst du es nicht! Nee, von dem kannst du es nicht! Vorteil ist okay! Aber danach kann man ja... Zumindest hier im Spiel... Nee, das... Das sieht da nie ein! Verteilen! Hey! Stopp! Jungf, ruhig! Jungf, geht doch von der Linie weg, hinter die Eimer jetzt! Boah, ich bin ja eingestellt! Eimer kommen heute zum Einsatz! Mit was? Mal ein anderes Krieg! Okay, jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel! Jetzt richtig stehen, Fini! Allen! Einer Torwart! Einer Erster von Ben! Noah! Noah Torwart! Noah davor! Ehm, 6-3 oder was? 7? Weiß ich nicht, 6... Komm noch einer! Und nochmal! Annehm! Ah, schade! Komm, weiter, weiter, weiter! Äh... Höh... 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 Jö... 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 Man sieht, der Gegner ist gut! Den wir hier gerade... 6-4! 6-4! Das ist zu einfach! Komm, komm, komm! Wieder ran! Jawohl! Stark, Federik! Komm, komm, komm! Und schneller! Alle ab, 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 ab! Du stehst immer noch! Anna, Jona! Tschüss! Wow! Komm, komm! Komm, komm! Finn hinter dir! Finn außen! Stopp! Und schon wieder ein Foul! Wow! Guck mal! Komm! Oh ja! Komm, komm! Jetzt... Wo sind die Verteidiger? Und Arlen, du bist nicht hier außen! Du hast dich gut angeboten da! Super! Wir müssen mehr tun! Wir müssen immer mehr tun! Der wird sehr schön! Ganz stark! Schön wünschen bei den Gegenspielern! Hier anbieten die Linke! Philipp, ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Bis ich abbreite! Weiter, weiter! 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 Ran, ran, ran! Einer ran! Und außen ist Platz! Außen! Geh, Finn! Schön, Finn! Und weiter! Jawoll! Kopf hoch! Schön! Okay, und wieder decken! Schneller zurück! Ranen! Geht zu weit vorne! Ja, es war gar nichts! Ruhe! Noah, mach doch! Und zurück, zurück, zurück! Hier vorne sitzt überhaupt keiner! Und decken! Jawoll! Komm, komm, komm! Allen! Abschluss! Daniel, ran! Jawoll! Sehr gutes Auge! Und Übersicht und Ruhe behalten! Allen! Nö, nö, nö! Schön durchhalten! Und decken trotzdem! Decken! Jawoll! Und nach außen! Außen! Annehmen! Und wieder anbieten die anderen! Anziehen sie an! Jawoll! Schön getunnelt! Jawoll! Schön! In die Mitte! Heftig! Hecke! 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 Schneller! Komm, komm! Freddy, schneller! Annehmen, annehmen! Sieh! Komm, Noah! Sieh jetzt! Jawoll! Oh! Super! So! Jawoll! Durch! Hintermann für den Hintermann! Sehr gut! Position! Position! Und rückwärts, Freddy! Komm, gleich zur Rückaufbahn! Okay, durch, durch, durchlaufen! Und Mittellinie! So! Wir haben Justus! Wir haben Justus! Ich iss doch Wasser! Immer einmal! Ich bin doch! Echte Seite lang! Komm! Tempo! Tempo! Jasper! Und rückwärts! Schneller! Schneller rückwärts! Jasper! Frederic! Ja! Kannst du auch in meinem Beutel gucken! Ja, gut! Gut geklärt, Jungs! Juri, neben dir! Jungs, Gegenspieler aufnehmen! Oh! Weg nach außen! Ah! Malte! Nach außen müssen wir klären! Vorm Tor! Keine Spielerei! Lass den Ball schön laufen! Und Tempo! Genau so! Ganz klasse! Und dranbleiben! Bleib dran! Und Vorstor, Noah! Sieh! Bitte aufpassen! Ah, stark! Ja, stark! Das ist unglaublich! Unglaublich! 9, 6, weiß ich nicht! 10, 6, 9, 5! Und Ball wieder erobern! Komm! Komm! Weiter hoch, Noah! Jawohl! 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 Und einschieben! No! Super Jasper! Ganz stark heute! Justus! Jawohl! Jawohl! Und einschieben! No! Super Jasper! Ganz stark heute! Justus! Konzentriert einschieben! Sonst kriege ich eine Maus! Jungs, wieder ein bisschen schneller! Und umdrehen! Decken! Juri zurück! Du bist nicht auf deiner Position! Justus, vor! Finierst da! Ja, genau! Genau, nochmal! Rechtschieben! Jawohl Finch! Stark! Kopf hoch! Schön! Und wieder! Komm mal! Mehr! Mehr! Justus! Du stehst! Stopp! Freistoß! Freistoß weiß, würde ich sagen! Oder für euch! Ich frage extra! Wenn ich das Spiel nicht spielen, was soll denn denn das? Ist das denn nicht so? Ich frage extra! Er fragst, ob dir Vorteil gelten lassen wollen oder das Freistoß! Dann müsst ihr was sagen! Na so geht... Ne! Lass ihn! Hey! Und wieder Decken, Jungs! Alter, das ist mein Trainer! Der kann nicht verchalieren, der ist schlecht geworden! Und Abschluss! Abschluss, Justus! Ich will einen Schutz sehen! Ja, Bewegung! Nur vor dem Torwart! Nein! Vor dem Torwart! Es ist immer das Gleiche! Und einer muss noch herkommen! Es ist keine Anspielstation da! Guck mal, guck mal! Augen auf! Genau! Guck mal! Mehr! Mehr da! Und Abschluss! Abschluss! Alle rückwärts! Torwart raus! Super! Gut gemacht, Torwart! Komm! Außen! Nicht wegrennen! Anbieten! Nicht wegrennen! Wem bist du? Für Juventus oder für Barca? Alter! Und wir haben ein Spiel! Und es ist nicht das Dörter in die Finale! Komm! Komm! Was ist los, wa? Ja! 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 Unter vorm Rasen, wer hier nicht drauf gehört. Körper wird unter Stiel. Untertitelung des ZDF, 2020